Während dem Super Bowl wurde ein neuer Trailer zu The Falcon and the Winter Soldier rausgebracht. In diesem Video gibt es meine Trailer-Analyse. Also alle versteckten Details, Easter Eggs, Anspielungen und so weiter, die ich in diesem zweiten Trailer gefunden habe. Fangen wir sie direkt an mit meiner Trailer-Analyse zum zweiten Trailer von The Falcon and the Winter Soldier. Der Trailer beginnt mit einer Frau und Sam und Bucky, wie sie bei einem Missionsnachgespräch sind. Also einem Art Verhör, nachdem eine Mission stattgefunden hat. Und wie wir wissen, fängt die Serie somit an, dass Bucky und Falcon kein wirklich gutes Team sind. Sie streiten sich die ganze Zeit, haben witzige Szenen, aber arbeiten nicht wirklich gut zusammen. Und sie arbeiten hier für eine Organisation, wovon wir eigentlich nichts wissen. Vielleicht arbeiten sie für S.W.O.R.D., vielleicht arbeiten sie einfach für das FBI oder eine ganz neue Agentur. Das wissen wir noch nicht, aber hier sind sie in einer Art Verhör, fast so wie Paartherapie, was echt witzig ist. Und die zwei können sich nicht wirklich einigen, was sie zusammen als Team machen können. Aber über die Serie sehen wir dann ihre Beziehung und wir sehen die Entwicklung von der Beziehung zwischen Sam und Bucky. Aber am Anfang ist deren Beziehung, naja, etwas brenzlig. Dann sehen wir hier diese bekannte Flugzeugszene aus dem ersten Trailer. Sam und Bucky sind auf einer Mission. Bucky fragt Sam, ob er überhaupt einen Plan hat. Und Sam springt einfach aus dem Flugzeug, genau wie sein Mentor Captain America. Und dann bekommen wir auch, wie wir es im ersten Trailer schon gesehen haben, diese geile Action-Szene mit Sam Wilson als Falcon und einem Helikopter von einer anderen Organisation. Vielleicht Hydra, vielleicht AIM, vielleicht irgendwas komplett anderes, wir wissen es noch nicht. Vielleicht auch die Flag Smasher, dazu komme ich gleich. Aber dann bekommen wir die heftige Action-Szene aus dem ersten Trailer. Dann sehen wir auch das Marvel Studios Logo für diese Serie, denn wir wissen, das Marvel Studios Logo ändert sich natürlich bei jedem Projekt. Und bei diesem Projekt, also bei Falcon and the Winter Soldier, ist es ziemlich geil. Also das Logo ist auf jeden Fall in Neonblau gestaltet, nehme ich mal an. Und wir sehen sogar hier, bevor das Marvel Studios überhaupt erscheint, sorry, wir sehen einen Teil von Captain America's Schild. Eine perfekte Anspielung auf das Hauptthema in dieser Serie, und zwar die Geschichte von Captain America und wer der nächste Captain America sein wird. Dann sehen wir hier eine Stadt, eine sehr interessante Stadt. Und nein, das ist nicht Singapur, das ist nicht Hongkong, das ist auch nicht Tokio oder Wakanda. Das ist eine ganz neue Stadt im Marvel-Universum mit dem Namen Matripur. Matripur ist eine fiktionelle Stadt im Marvel-Universum und die ist, glaube ich, neben Singapur, also es ist in der Nähe von Singapur, und es ist eine fiktionelle Stadt, genau wie Wakanda, Atlantis oder was weiß ich. Und Matripur wird ein sehr großer Teil in dieser Serie spielen, denn wir sehen hier diese Szene, die wir auch schon aus dem ersten Trailer kennen, mit Sam, Bucky und Baron Zemo. Baron Zemo war der Hydra-Schurke aus Captain America's Civil War, der diesen ganzen Streit entfacht hat, ein Schurke, wie schon gesagt. Und er könnte der Hauptschurke oder der Hauptantagonist von dieser Serie sein, aber das können wir noch nicht gut sagen, denn hier sehen wir auf der Brücke Sam, Bucky und Baron Zemo, und ich glaube, sie werden in Matripur zusammenarbeiten. Matripur auch noch hat zwei große Teile, und zwar einmal Hightown und Lowtown. Es ist eine Mischung aus Reich und Arm, und es ist eine sehr kriminelle Stadt. Drogenkartelle werden jeden Tag neu geboren, und andere Drogenkartelle werden zerstört. Die Polizei ist immer hinter irgendwelchen Kriminellen in Matripur, und es gibt sehr, sehr viele kriminelle Machenschaften. Also könnten wir da auch den einen oder anderen Kriminellen sehen, der dann andere Charaktere einführen könnte, wie zum Beispiel Kingpin oder Hammerhead, könnte ich mir ziemlich gut sogar vorstellen. Also es wird auf jeden Fall geile Action-Szenen in Matripur geben. Dann sehen wir Baron Zemo hier vor einem Denkmal in Sokovia. Sokovia ist die fiktionelle Stadt, oder das fiktionelle Land besser gesagt, was wir schon aus Avengers 2 kennen. Also werden wir Sokovia endlich wiedersehen, nach sechs Jahren. Ich bin sogar ziemlich gespannt drauf, wie es Sokovia nach Avengers 2 geht. Aber wir sehen hier Baron Zemo, denn Sokovia ist bzw. war seine Heimat. Darauf folgend bekommen wir eine geile Szene mit Baron Zemo, der auf irgendwelche Container läuft, und in seiner rechten Hand hält er seine ikonische lila Maske. Und das ist genau die Maske aus den Comics, und mit dieser Maske hat sich Baron Zemo immer identifiziert. Und jetzt sehen wir diese geile Maske wirklich comic-akkurat, und darauf freue ich mich eigentlich, weil Baron Zemo ein ziemlich guter Schurke ist, der die Thunderballs einführen könnte, und auch vielleicht in der Zukunft ein Schurke von den New Avengers sein könnte. Ist aber ein ganz anderes Thema. Dann bekommen wir auch hier die Flag Smasher zu sehen. Das habe ich schon in der ersten Analyse vom ersten Trailer schon gesagt. Die Flag Smasher sind jetzt eine Organisation im MCU, die die Schurken von dieser Serie spielen sollen. Was für eine Rolle sie genau spielen, wissen wir nicht, aber wir wissen eigentlich nur, dass sie die Flag Smasher heißen. In den Comics gibt es sogar einen Captain America-Schurken, der Flag Smasher heißt. Aber der ist komplett irrelevant und so unnötig eigentlich, dass das MCU sich dazu entschieden hat, aus Flag Smasher eine ganze Organisation zu gründen. Ihre Rolle ist aber noch nicht wirklich bekannt. Dann sehen wir hier Sam mit dem Schild von Captain America, und er steht gerade vor einem Bild von Captain America. Und das ist dann etwas, was dieser Trailer, bzw. diese ganze Serie, sehr gut machen wird, bzw. gemacht hat. Und zwar, es gibt immer noch die Frage, wer wird der nächste Captain America sein? Nach Avengers Endgame war es ziemlich eindeutig, dass es Sam Wilson ist, also The Falcon. Aber in diesem Trailer scheint es so, es könnte Falcon sein, aber auch Bucky oder auch der US Agent. Denn jetzt gibt es sozusagen drei Kandidaten für die neue Captain America-Rolle. Einmal Falcon, einmal Winter Soldier und einmal der US Agent. Ein ganz neuer Charakter, zu dem wir gleich noch kommen werden. Dann sehen wir hier eine sehr geil gemachte Szene, und dann sehen wir Sam Wilson mit dem Schild von Captain America, wie er das gerade trainiert, also wie er trainiert, mit diesem Schild umzugehen. Und dann bekommen wir in der nächsten Szene einen geilen Cut zu Bucky, der dieses Schild dann auffängt, wie ein Duett, als ob Sam Wilson und Bucky Barnes ein Frisbee durch die Gegend werfen. Und Sam wirft es, und Bucky fängt es. Wieder die Frage, wer wird es sein? Dann sehen wir hier eine Art Nachtclub, auch in Matripour, mit sehr vielen verschiedenen Gemälde. Hier rechts sehen wir sogar ein Bild von Van Gogh. Und wie schon gesagt, in Matripour wird es sehr viele Action-Szenen geben, und das ist einer dieser Action-Szenen. Denn ich glaube, dass Baron Semo, Bucky und Sam irgendwelche Informationen von irgendwelchen Kriminellen in Matripour suchen. Dann gibt es wieder sehr viele Action-Szenen mit Falcon, mit diesem geilen Shot, was wirklich, glaube ich, die beste Falcon-Szene im MCU sein wird. Und dann sehen wir hier eine altbekannte Freundin wieder, und zwar Sharon Carter, aka Agent 13 von SHIELD. Sharon Carter haben wir zuletzt in Civil War gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt macht sie wieder ein Comeback und kämpft an der Seite von Bucky und Sam. Geile Action-Szenen kommen dann in den nächsten Sekunden. Wir sehen Falcon und Bucky hier auf der deutschen Autobahn, wie sie gegen ein paar Flag-Smasher kämpfen. Und hier sehen wir dann den US Agent, ein potenzieller Nachfolger von Captain America, der aber in Wirklichkeit böse ist und eigentlich eine Schurkenrolle in dieser Serie spielen könnte. Dann gibt es wieder eine geile Action-Szene mit nur Falcon, und zwar in diesem Flieger, den wir schon in den allerersten Sekunden von diesem Trailer gesehen haben. Und wie ihr bemerkt habt, es wird sehr viel Action in dieser Serie geben. Die Storyline ist jetzt nicht wirklich so komplex wie bei WandaVision, aber es wird einfach witzig und es wird sehr actiongeladen sein. Und darauf freue ich mich auch, einfach mal eine Abwechslung zu haben. Dann sehen wir hier Falcon mit dem neuen Schild und ich kann es nicht oft genug sagen, das ist wieder dasselbe Thema, wer ist der nächste Cap. Denn wir sehen öfter Szenen mit Sam mit dem Schild und Bucky mit dem Schild. Und das macht Marvel ziemlich gut, denn wir wissen immer noch nicht, wer der nächste Captain America sein wird. Und das werden wir dann höchstwahrscheinlich am Ende von dieser Staffel sehen. Und dann kommt auch noch das Logo von The Falcon and The Winter Soldier. Und am Ende gibt es eine witzige Szene, wo die beiden einfach einen Stahlwettbewerb haben. Und das zeigt einfach, dass die Beziehung zwischen den beiden wirklich für sehr viele Lacher sorgen wird. Darauf freue ich mich eigentlich schon am meisten. Das war es aber für meine Traileranalyse zu dem zweiten Trailer von The Falcon and The Winter Soldier. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr schon dabei seid. Ist gratis und mich würde es sehr freuen. Bleibt sicher, bleibt zu Hause. Das war's für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal, euer Sobologie und ciao.